Die NATO-Affinität der Bilderbergkonferenz und die Kriegspolitik und den Profit den Rüstungskonzernern, die auch dort sich mit unseren Politikern treffen, daraus ziehen, dann möchte ich kurz das Thema Flüchtlingskrise, ich möchte es eigentlich gar nicht mal Krise nennen, ansprechen, erleben, dass Kriege der NATO-Staaten ganze Regionen im Nahen Osten destabilisiert haben, Menschen im Bürgerkrieg leben müssen, gleichzeitig beliefern wir diese Regionen mit Waffen. Chris hat es vorhin schon gesagt, Deutschland ist der vierte größte Rüstungsexporteur und wir wollten parallel dazu den globalen Süden enorm aus, was auch Fluchtgründe natürlich immer weiter verschärft. Und ich frage mich, wo bleibt die Debatte über diese wirklichen Fluchtursachen momentan? Alle reden von Kapazitätsgrenzen und diese und das, also in einem bereichen Länder der Welt, was ich an sich schon absurd finde. Und ich frage mich, wo ich mich, wo wir jetzt, also in einem Denk wie immer war, ich habe wirklich nie gesehen, weil ich hier nicht die Situation zu sehen, was ich bin als auch verlassen, wirklich nicht gefühlt. Ich finde nicht, dass ich in der Zeit die Juden quasi auch nicht beziebe nicht verstanden, Es ist ja auch interessant, ich bin zu sehen, ich könnte mich, aber ich bin nicht aber auch nicht überstehen. Ich bin aber auch nicht überrascht, Ich bin aber auch nicht überrascht, es darf die Verstuhenden und ich mir auch nicht überrascht, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020